Jo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil von Trade to 500k. Wir haben schon wieder gleich am Anfang gute Deals geholt hier, einmal Suare, das war ein richtig guter Deal. Die 74er Version, es gibt ja noch die 73er Version, dann hier zwei Bitners und wir können sehen hier, der kostet ungefähr 8.900 Coins. Auf dem PC traden wir hier natürlich wieder und ja, den einen haben wir hier für 7.400 bekommen und den anderen für 7.000. Aber ich stelle immer nur einen rein, würde ich euch auch empfehlen, das ist immer besser, da geht er dann schneller weg und dann könnt ihr den anderen dann nochmal hinterher reinstellen. Das ist auf jeden Fall taktisch clever, außer wenn ihr natürlich Price fix oder so. Und Price fixen, das ist eigentlich auch sowas, wo ich mir schon überlegt habe, vielleicht mache ich mal auch so eine Serie, wo ich dann mit Abonnenten zum Beispiel irgendeinen Price fix, weil ich sage euch mal so, wenn es so 3, 4 Leute gibt, die einen Spieler Price fixen, ist die Chance, sage ich mal, sehr, sehr hoch, dass es noch besser funktioniert, als wenn man das alleine macht. Weil ihr seht das dann wahrscheinlich auch selber, dann habt ihr, oder ihr kennt das selber, dann seht ihr dann Spieler, der tausendmal angeboten wird, nur von einem Verein. Und das ist, denke ich, dann viel besser, wenn man das mit mehreren Leuten macht und da seht ihr dann auch immer andere Verkäufer, dann denken die sich, stimmt, der ist auf jeden Fall jetzt mehr wert. Und ich habe es natürlich auch in meinen Kommentaren gelesen, ist auch gut so, dass ihr euch da untereinander auch so schreibt und dann untereinander, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat oder so, einen Spieler dann Price fix, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, kann ich vielleicht auch mal machen. Hier, die zwei Bitners haben wir jetzt eigentlich schon verkauft, ja, einen für 8400 und den anderen für 8600, die hatten auch einen Chemistry Style drauf. Also wie gesagt, ich muss mal schauen, vielleicht mache ich das mal, dann Price fixen wir einen. Also ich würde euch auch empfehlen, wenn dann nur Silber- oder Bronzespieler zu Price fixen, Goldspieler ist auf jeden Fall recht riskant. Und auf dem PC, ja, da könnte man das vielleicht versuchen mit Goldspielern, aber auf der Playstation und auf der Xbox, da werdet ihr eigentlich so gut wie keinen Erfolg haben, weil es, ja, jede Minute da, sage ich mal, so ein Spieler da reinkommt und das ist fast unmöglich oder, ja, da müsstet ihr schon mehrere Millionen auf dem Konto haben und die dann wirklich alle kaufen und das ist sehr, sehr anstrengend und deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Ja, Silberspieler und so funktionieren ganz gut und wenn ihr das mit mehreren Leuten macht, dann umso besser. Das kann ich euch echt nur empfehlen, wenn ihr da mit einem Freund oder Kumpel irgendwie mal Price fixen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen, die Chance ist dann auf jeden Fall höher, als wenn ihr das alleine versucht. So, genau, und dann stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, weil mich viele immer anschreiben, ja, insofern, ich habe jetzt mein Team verkauft oder, äh, Max, keine Ahnung, ähm, ja, wann soll ich die denn jetzt kaufen und werden die Spieler nochmal steigen und welche Spieler werden denn steigen, wird jetzt zum Beispiel ein Lahm oder ein Alaba steigen, also die normale Version, weil es ja, äh, recht wahrscheinlich ist das oder ist es eigentlich klar, dass die, ähm, ins Team of the Year kommen, ob die dann steigen werden und da kann ich eigentlich nur sagen, also jetzt, ob sie steigen werden oder nicht, ich denke mal schon, es könnte sein, dass sie steigen, aber ich bin mir da nicht sicher, also nicht zu 100% und wird euch auch jetzt, ähm, das müsst ihr dann wissen, ob ihr da jetzt in, äh, 20 Stück oder so investiert und wenn, ähm, das dann doch nicht klappen sollte, dass ihr mir dann die Schuld dafür gebt, also, äh, ich möchte da echt nichts zu sagen und, ähm, muss auch gestehen, dass ich da wirklich, nicht wirklich viel Ahnung jetzt habe, das müssen wir nämlich dann beobachten und dann würde ich es dann im nächsten Jahr dann wissen oder wir würden es dann allgemein alle wissen und deswegen, ähm, ich habe jetzt einen Lahm, aber, ähm, ja, ob er dann wirklich so steigen wird, ich weiß es nicht, weil, es ist natürlich auch wieder klar, ihr, ihr wisst wahrscheinlich auch mit dem Tevez, als, ähm, er einen Headtrick erzielt hat und jeder wusste, dass er ins Team of the Week kommt, ähm, wusstet ihr, äh, ja, eigentlich alle, da ist er nicht wirklich gestiegen, der ist sogar dann auch während des, ähm, Team der Woche, allerdingsens ist er dann auch gesunken und, ähm, da habe ich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Verlust gemacht, muss ich sagen, muss ich sogar sagen und weil, dass jeder weiß, dass eigentlich Alaba und Lahm reinkommen wird, der Preis, denke ich, jetzt nicht wirklich, äh, hoch ansteigen, wenn vielleicht ein bisschen, aber, ob sich das rentieren wird, ich denke nicht, aber, ja, ihr könnt mir ja auch das Gegenteil beweisen, also, ich weiß es nicht, so, jetzt haben wir hier, äh, natürlich auch den, äh, ZM-Trick angewendet, den, ähm, Hunter-Trick und viele von euch, äh, wollen auch Tutorials immer wieder sehen, auch diesen Silvertricks Suaree, habt ihr gesehen, für 33.000 oder so haben wir den bekommen und den haben wir für 69.000 oder keine Ahnung wie viel, ähm, verkauft, aber ihr seht ja selber die ganzen Deals hier, Hunter-Trick, Falcao hier, ähm, ja, 78.000, 75.000 ist der hier gerade angeboten worden und das klappt eigentlich richtig gut, manchmal haben wir auch Verlust gemacht hier, ich will aber noch weiter zum, ähm, Team of the Year irgendwie reden, ähm, genau, weil jetzt, äh, stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wann soll ich denn meine Spieler verkaufen und, äh, kaufen, wieder kaufen und da, ähm, muss ich sagen, gibt es eine Zeit nicht gleich am Anfang, weil es würden ja erst zwei Tage die Verteidiger rauskommen, dann zwei Tage Mittelfeld, zwei Tage Sturm, beim Sturm, so mittendrin könnte man schon seine Spieler wieder kaufen und natürlich auch dann, wenn, äh, es wieder die Chance gibt, dann alle zu ziehen, da wird es dann auch ein 50k Pack geben oder auch 100k Packs und genau eigentlich dann, wenn diese 100k Packs und so draußen sind, ist oder kann man dann auch, äh, ja, seine Spieler dann wieder kaufen, die Spieler werden danach nicht wirklich, ähm, wieder steigen, ich sag mal, um 100, 200 Münzen schon, aber dann weiter geht es dann nicht, eigentlich geht es dann nur noch bergab, wenn dann das Team of the Season kommt und was weiß ich, dann ist auch bald wieder FIFA 15 da, ja, es geht alles vorbei und dann ist eigentlich auch, ja, alles vorbei, also wie gesagt, danach werden die dann vielleicht um 100, 200 Münzen wieder ansteigen, manche allerdings, manche Informer und so werden auf jeden Fall wieder rasant steigen, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, ich hoffe, jetzt habt ihr, ja, oder jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid, äh, hier Falcao, Verlust gemacht einmal für 62.500, ja, da seht ihr schon selber, dass die, äh, Preise immer weiter nach unten gehen, aber den anderen haben wir dann noch für 80.000 zum Glück verkaufen können, deswegen, äh, ist da, gleicht sich das wieder aus, glaube ich, und, ähm, ja, ja, das, ähm, sollte es eigentlich erst mal gewesen sein vom Team des Jahres her, äh, hier diesen Götze im Cutterlist-Style für 55.500 Coins bekommen und den, äh, wurden wir dann auch noch für 66.500 Coins los, ja, ich hab ihn irgendwie, also ich hab einen Tag lang irgendwie gar nichts gemacht oder zwei Tage, ich war, hatte halt keine Zeit für FIFA, hab ihn dann nicht nochmal reinstellen können, hab dann nochmal geguckt, wie viel der denn aktuell wert ist und er ist einfach, äh, noch zwei Tage wieder gestiegen auf, äh, ja, äh, 65.000 Münzen und der hatte halt den Cutterlist-Style, der natürlich sowieso immer, äh, was wert ist, weil da halt drei Tempo dazu waren und so und deswegen haben wir ihn dann halt für 66.000 irgendwas verkaufen können und, ja, unser Endkapital ist also hier nach der dritten Episode jetzt, ähm, oder sind dann 200.000 Münzen, ja, sagen wir einfach ungefähr 200.000 Münzen und, ja, wir nähern uns auf jeden Fall schon mal der halben Million und wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum zweimal da am Ende das Gleiche kam, ähm, ich hab das irgendwie, ja, irgendwie ist die Aufnahme doppelt gewesen, aber ich denke mir mal, das ist jetzt kein Problem, ihr habt ja alles gesehen. Bei manchen Sachen haben wir Verlust gemacht, da haben wir ja schon gesehen, dass die normalen Spieler sinken, obwohl Götze wieder gestiegen ist. Ich hab keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall gut für uns, er war halt im ZM und da ist es natürlich ein bisschen anders. Naja, ich hoffe, ihr hattet wieder, äh, ja, oder es hat euch ein bisschen geholfen und dann würde ich sagen, ja, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich freuen und dann würde ich sagen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Max von AfD Trading. Bis zum nächsten Mal, euer Max von AfD.